Das ist viel zu viel, Samuel. Bekommen Sie keinen Besuch von Ihrer Familie? Ich habe keine Familie. Lassen Sie mich in Ruhe. Es tut mir leid, aber es sieht so aus, als wäre der Krebs wieder ausgebrochen vor einem Urteil. Wir haben ein Geschwür im Hinterkopf gefunden. Ich werde sowieso sterben. Junge, du kannst geheilt werden. Wenn du daran glaubst. Das war ja also der Sinn. Der Sinn meines Lebens. Mit 14 Jahren schon sterben. Was macht man, wenn man noch knapp 14 Tage zu leben hat? Ähm, ich wollte dir sagen, dass ich in dich verliebt habe. Das war ja schon. Aber ich habe das. Ja, wir sind noch nie. Ich habe das. Das ist es zu ça. Aber ich kann denke, es ist zu sein. Ja, ich habe mein Feuer. Das war's. Ich habe die Arbeit. Ich kann mich nicht. Ich kann mich nicht. Ich kann mich nicht. Ich kann mich nicht. Untertitelung des ZDF, 2020